Hallo liebe KiCat-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video-Tutorial für die Version KiCat 7. In diesem Video möchte ich mit euch in das Routing der Leiterplatte einsteigen. Wir haben ja jetzt hier die Bauelemente alle platziert. Ihr seht mir bitte nach, dass ich mir etwas Zeit gelassen habe zwischen den Videos. Einfach aus dem Grund, ich bin hier im Moment selber gerade auf einem Lehrgang mit Prüfung. Ich habe nächste Woche also Prüfung, könnt ihr mir gerne mal die Daumen drücken. Und da muss ich natürlich auch mal gelegentlich selbst ein bisschen die Nase in die Bücher stecken. Deshalb hier der etwas größere Zeitabstand. Aufgrund dessen, dass mich auch ein Nutzer angefragt hat, wie das ist mit Leiterplatten, Füllzonen, fangen wir damit an. Das gehört in dem Sinne auch zum Routing. Bevor ich also hier Leiterbahn ziehe, heute mal hier erstmal das Kupferfilling. Dazu gehen wir hier rechts auf diesen Button, eine gefüllte Zone hinzufügen oder wir nutzen hier STRG-SHIFT-Z. Und wir könnten jetzt theoretisch hier uns an der Kontur entlanghangeln. KiCat ist aber so schlau, um zu sagen, okay, ich kann jetzt hier ein Viereck aufziehen und gebe hier die Umrandung entsprechend vor und KiCat orientiert sich hier an dem EdgeCat. Das sehen wir gleich. So, ich setze mal hier einen ersten Punkt. Jetzt kommt ein Abfrage-Dialog, der mich jetzt fragt, auf welches Potenzial ich diese Fläche legen möchte. Ich habe jetzt hier erstmal die Fläche für die obere Kupferseite. Entweder kann ich jetzt hier kein Netz zuweisen oder die hier unten aufgeführten. Ich könnte das jetzt auf Plus legen oder auf die Basisanschlüsse von den Transistoren. Das macht natürlich recht wenig Sinn. Oder eben hier auf Ground. Bei zweilagigen Platinen im Niederfrequenzbereich nehme ich immer gerne Ground. Auch schon als Grund des Schutzes für Berührungsschutz oder elektrischen Schlag. Also hier Ground. Bei mehrlagigen Platinen, also vier und mehrlagig etc., kann ich natürlich auch hier die inneren Lagen, die ja durch das Substrat geschützt sind, natürlich auch auf ein positives Spannungsniveau legen. Bei zweilagigen macht man in der Regel Ground. Bei Hochfrequenzplatinen sage ich dann im Schluss noch was am Abgang zum Video was dazu. Ich lege das jetzt mal hier auf der Oberseite auf Ground. Sage jetzt OK und wir sehen, ich habe jetzt hier eine Linie an meinem Cursor hängen und ich fahre jetzt hier etwas größer als der EdgeCut ist hier drüber über die Platine. Schließe also hier den EdgeCut außen ein. Da kann ich hier ein bisschen mit rein und raus zoomen machen, arbeiten. Und wir sehen jetzt hier, kann ich also das ablegen. Ich kann es jetzt fändisch schließen oder ich sage jetzt hier einfach Umriss schließen. Dann wird dieser Umriss geschlossen. Und damit ist jetzt meine Platine hier eingeschlossen. Ich speichere mal an dieser Stelle und kann mir jetzt hier links die Darstellung Zonenbereiche ausgefüllt darstellen. Drücke dann nochmal die Taste B. Mit der Taste B wird das also alles berechnet. Ich kann mir also hier die Darstellung ein- und ausblenden. Entweder hier als Umriss, dann habe ich das ausgeblendet. Oder hier als geschlossene Fläche. Muss dann aber die Taste B drücken, dass das dann mal berechnet wird. Ich klicke mal hier daneben hin und wir sehen jetzt, obwohl ich meinen Zonenumriss hier größer gewählt habe als den EdgeCut, wird hier automatisch die Fläche geschlossen. Das gleiche wiederhole ich jetzt mal auf der Unterseite. Wir sagen hier also die B, die Unterseite. Ich kann das auch mit der Bildtaste mit Bild auf und ab entsprechend wechseln. Wenn ich also hier die mit dem Bild auf und ab Tasten wechsle, kann ich hier umschalten oder ich wähle das hier über diese Layer-Auswahl an. Und ich wiederhole das Ganze. Diesmal machen wir das mal hier mit STRG-Umschalt-Shift. Damit habe ich das Werkzeug ausgewählt. Ihr seht auch hier der Button wird etwas unterlegt. Und jetzt kann ich natürlich hier der Einfachheit halber gleich die vorgegebenen Punkte verwenden vom anderen Füllumriss. Ich nehme das ebenfalls auf Ground. Ich sage jetzt OK und kann hier ebenfalls auf diese Punkte draufklicken. Lege das also dann hier ab und kann jetzt hier wieder mit Rechtsklick Umriss schließen machen. Damit wird auch dieser Umriss geschlossen. Ich speichere wieder ab. Drücke jetzt, beende das Werkzeug mit Escape. Drücke nochmal die Taste B. Jetzt berechnet Kiket diese Fläche hier anhand des EdgeCuts. Und wir haben auch die Unterseite unserer Platine belegt. Ich kann mir jetzt das hier wie gesagt links entsprechend ein- oder ausblenden lassen. Sowas kann man zum Schluss machen oder man macht zum Anfang diese Füllflächen. Das ist im Prinzip eigentlich egal. Ich mache es immer in der Regel am Ende der ganzen Geschichte der Übung. Wir sehen auch, wir haben jetzt hier zum Beispiel keine Verbindungsseiten mehr zwischen Ground. Also das heißt hier die Netzlinien zwischen Ground sind bereits verschwunden. Eben weil jetzt diese Mounting Holes hier auf Ground schon über die Kupferfläche angeschlossen sind. Und wir sehen auch hier an der Einspeisung haben wir hier Ground. Es führt jetzt hier schon zu diesem Ground keine Leiterbahnen mehr hin. Gut. Das wäre jetzt eine Füllfläche für eine sag ich mal NF-Platine. So kann man das einfach machen. Bewege ich mich natürlich jetzt hier im Bereich der Hochfrequenz. Also ich sage mal alles ab 100 Kilohertz aufwärts. Macht man in der Regel eigentlich keine Füllflächen mehr. Also es werden keine Füllflächen mehr gemacht. Oder alternativ muss ich jetzt hier die gesamte Fläche mit Vias. Das in einem bestimmten Abstand mit Vias füllen. Weil ich habe mir ja jetzt hier einen wunderbaren Kondensator gebaut. Ich habe also jetzt hier eine Fläche die oben und unten mit Kupfer belegt ist. Und dazwischen ist ein Dielektrikum. Ich habe eben hier dieses DAS Faser Material vom FR4 Material. Das ist der Platine. Und das ist nichts anderes als ein Kondensator. Und damit schaffe ich mir im Bereich der Hochfrequenz natürlich eine parasitäre Kapazität. Und die müsste ich jetzt natürlich dadurch unterbrechen, dass ich hier hergehe und hier wirklich alle Flächen so nach Möglichkeit mit Vias fülle. Die dann auch alle auf Ground angeschlossen sein müssen. Es gibt da auch oder ja im KiCat 5 gab es dafür auch ein Tool, was das automatisch gemacht hat. Ich weiß nicht, ob das jetzt mittlerweile, musste ich nachher mal schauen, hier in dem Plugin Content Verwaltung mittlerweile aufgenommen worden ist. Ansonsten müsste man sich das händisch über GitHub nachinstallieren, um jetzt hier mit diesen Vias die Kapazität zu durchbrechen, wenn ich mich im HF-Bereich bewege. In der Regel haben wir ja meistens niederfrequente Sachen. Also ich sage mal 100 Kilohertz weniger, dann ist das hier in dem Fall nicht nötig. So, ich gehe mal hier wieder zurück, nehme mal hier die ganzen Vias wieder raus. Damit hätten wir auch die HF-Seite beackert. Und jetzt wollen wir mal hier unsere erste Leiterbahn hinzufügen. Dazu gehen wir mal hier auf Route. Wir wollen einzelnes Lagenpaar routen. Wir haben also hier X. Wir stellen uns mal hier noch den Router oder die Einstellung des interaktiven Routers ein, indem wir hier auf Kollision hervorgeben gehen. Damit wir hier nichts unversehend verschieben, für den Anfänger empfehle ich diese Einstellung. Die Profis unter euch können natürlich hier schieben oder umgehen auswählen und dann hier unten noch diverse Parameter dazu vergeben. Wir fangen erstmal jetzt hier an mit dem Kollision hervorheben. Das ist glaube ich erstmal die einfachste Variante, wenn wir jetzt Leiterbahnen routen. Wir achten bitte darauf, dass wir das einstellen. So, dann gehe ich mal hier drauf. Also Taste X oder eben hier über den Button kann ich jetzt sagen, ich möchte jetzt hier meine Leiterbahn routen. Und wir haben ja bereits die Netzklassen zugewiesen. Wir sehen, ich bin jetzt hier auf der Unterseite der Platine. Darauf achten, wir sehen das hier oben. Ich bin jetzt auf der Unterseite der Platine und kann jetzt hier im 45 Grad Winkel meine Leiterbahn positionieren. Ich habe hier ein Raster von 1,27 Mill eingestellt. Das ist eigentlich von Anfang mal ganz gut. Und sobald ich jetzt hier den ersten Knick habe und sobald ich jetzt also sauber klicke, wird das hier hinten diese helle Unterlegung dunkel. Und das heißt, dieser Punkt ist jetzt hier gesetzt und jetzt geht Kiket hier von diesem Punkt aus weiter und ich kann jetzt hier entsprechend nachfahren. Sobald ich hier wieder klicke, wird der nächste Abschnitt entsprechend abgelegt und ich kann jetzt hier an meinen Endpunkt gehen. Und wenn ich jetzt hier abklicke, ist meine Leiterbahn verlegt, abbrechen, ist jetzt meine Leiterbahn hier verlegt. Jetzt kann ich, wenn ich das hier zum Beispiel gerade heranführen möchte, wir hatten ja bereits erwähnt, dass hier solche Winkel nach Möglichkeit zu vermeiden sind oder vermieden werden sollten, kann ich natürlich jetzt hier meine Leiterbahn schieben, indem ich jetzt hier auf diesen Abschnitt einen Rechtsklick mache und sage, ich möchte jetzt ein freies Ziehen machen. Das empfehle ich nicht. Das geht meistens schief. Gerade bei mehreren Leiterbahnen wird das dann alles schief und krumm. Zieht dann meistens aufwändige Nacharbeiten nach sich. Ich nehme hier immer gerne die Taste D oder eben das Ziehen im 45 Grad Modus. Und dann sehen wir hier, kann ich jetzt entsprechend meine Leiterbahn verschieben. Ich gehe mal hier drauf, drücke die Taste D, ich arbeite dann gerne mit der Tastatur und wir sehen jetzt, kann ich hier diesen Abschnitt verschieben und sage, okay, ablegen und damit liegt der hier sauber gerade dran und ich habe so einen Winkel hier, so einen 45 Grad Winkel vermieden. Genauso hier kann ich jetzt zum Beispiel auf diesen Abschnitt gehen, wenn ich hier ein bisschen weiter raus möchte, dass ich hier meinen Ground nicht anschließe oder nicht so sehr einenge, dass ich mehr Ground-Fläche darum habe, kann ich also das jetzt hier weiter rausziehen. Ich könnte es jetzt theoretisch bis auf einen 90 Grad Winkel rausziehen, aber 90 Grad Winkel sind ganz besonders problematisch. Wir sehen ja, der Strom möchte ja immer hier den kürzesten Weg gehen und das heißt, hier hätten wir jetzt so einen sogenannten Strompunkt. Hier würde die Leiterbahn sich sehr stark erwärmen, weil die Elektronen alle hier um diese kleine Ecke wollen. Die sind genauso faul wie ich, die wollen nicht hier außen rum, sondern hier kürzesten Weg und damit hätten wir natürlich das Problem, dass sich hier also unter Umständen die Leiterbahn unerlaubt erhitzt oder sogar ausbrennt, wenn wir hier mit größeren Strömen arbeiten. Dazu gibt es mittlerweile die Möglichkeit, hier im KeyCAD 7 jetzt die Leiterbahn zu verrunden. Ich wähle mal diese Seite an und ich wähle jetzt auch mal diese Seite an und kann jetzt sagen, ich möchte hier die Leiterbahn abrunden. Das geht leider nur über das Kontextmenü, also Rechtsklick, da haben wir keinen Button dazu oder keine Shortcut. Ich kann jetzt hier sagen, abrunden und jetzt gebe ich hier mal einen Radius von 5 mm dazu und sage okay. Dann sollte das abgerundet werden, kann nicht abgerundet werden, dann wird wahrscheinlich der Radius zu groß gewesen sein. Machen wir das nochmal. Leiterbahn abrunden. Nehmen wir mal hier 3 mm. Mal sehen, ob er das jetzt schafft. Genau. Also ihr seht, KeyCAD passt hier da schon auf. Wenn ich den Radius zu groß wähle, habe ich hier die Meldung, dass das also nicht passt. Also muss ich dann den Radius etwas kleiner wählen. Aber ihr seht, jetzt wird das hier sauber abgerundet und ich hätte jetzt natürlich hier einen optimalen Stromfluss. Warum gehe ich jetzt hier darauf ein oder warum hatte ich erwähnt, dass ich hier möglichst viel Abstand zu dieser Leiterbahn zu dem Ground habe, hier gerade an meiner Einspeisung. Und zwar hat das folgenden Hintergrund. Wenn ich eine Leiterplatte mit so einer Füllfläche befülle und vorher keine Leiterbahnen zwischen Ground ziehe und ich lege jetzt also diese Fläche hier, wie wir es ja gerade gemacht haben, auf Ground, werden alle Ground angeschlossen. Aber ich erkaufe mir damit einen ganz großen Nachteil. Ich könnte ja jetzt hier zum Beispiel noch auf der anderen Seite eine Leiterbahn rumlegen. Ja, ziehe die jetzt hier so rum, mache das hier relativ eng, vielleicht hier noch so entlang und schränke mir damit, ich breche mal hier das Werkzeug ab, soll ja nur mal als Beispiel dienen, schränke mir damit hier den Zugang zu meinem Ground an. Das heißt, wenn ich jetzt hier eine Spannungsversorgung anschließe, eine Stromquelle anschließe, muss ja der Strom jetzt hier durch diese enge Fläche hindurch. Ich habe ja keine definierte, ich habe jetzt hier aufgrund dessen, dass alles, was Ground ist, auf dieser gesamten Fläche liegt, habe ich hier keine definierte Leiterbahnbreite mehr, die dafür sorgt, dass ich einen definierten Stromfluss habe. Das heißt, wenn ich diese Fläche jetzt hier immer enger mache, kann es passieren, dass hier auf dem Ground, wenn da vielleicht ein Ampere zurückfließt, einfach nicht mehr genügend Kupferfläche vorhanden ist, die ausreicht, den Strom hier aufzunehmen und an Ground zurückzulegen. Das heißt, es könnte euch unter Umständen passieren, dass ihr hier eine Schädigung der Leiterplatte hervorruft. Deswegen hatte ich auch eingangs erwähnt, als ich hier diese Flächen gezogen habe, mache ich das immer in der Regel zum Schluss und zwar mache ich das deshalb zum Schluss, weil ich währenddessen auch die Grounds hier mit einer ordentlichen definierten Leiterbahn verbinde. Das würde jetzt bedeuten, ich mache das hier mal wieder zurück, mache mal jetzt hier meinen neuen Volt zurück, das brauchen wir jetzt hier an dieser Stelle nicht. Ich nehme jetzt also mein Werkzeug X, wechsle mal auf die Oberseite und schließe jetzt hier trotzdem sauber diese Fläche über eine Leiterbahn an. Und erst wenn ich das alles gemacht habe und auch alle definierten Verbindungen von Ground mit einer sauberen Leiterbahn verbunden habe, erst dann füge ich diese Außenfläche zu. Also es empfiehlt sich immer, Kupferfüllflächen ganz zum Schluss zu machen und auch Ground über definierte Leiterbahnen anzuschließen. Einfach diese Leiterbahnen, wenn ich mir das jetzt hier einblende, die Fläche, drücke nochmal B, wird die hier nicht mehr... Na, meine Maus hat heute irgendwie hier ein bisschen Probleme. Wird diese Leiterbahn hier trotzdem noch dargestellt. Ja, und ich kann mir jetzt sicher sein, dass ich sauber verbunden habe und hier auch ein definierter Strom fließen kann. Wir sehen jetzt auch in dem Moment, wie ich nochmal die Taste B gedrückt habe. Ich wechsle nochmal auf die untere Kupferfläche. Sehen wir auch, hat jetzt hier Kiket neu berechnet, eben den Sicherheitsabstand zwischen den Leiterbahnen. Das heißt also, diese Leiterbahn liegt jetzt auf 9 Volt. Und wir haben hier entsprechend unseren gemäß der Netzklasse definierten Abstand zur Groundfläche. Okay, und so kann ich natürlich jetzt hier alle Verbindungen routen. Ich zeige euch das hier nochmal mit der Basis. So, wir sehen jetzt hier an der Basis haben wir zum Beispiel das Problem, hier kommt sofort eine Fehlermeldung. Ich blende mir nochmal meine Kupferflächen aus. Hier kommt sofort eine Fehlermeldung, wenn ich hier schon anklicke. Woran liegt das? Das liegt folgendermaßen daran. Wir haben jetzt hier für die Basis, ich gehe nochmal in die Netzklassen rein. Und zwar hier in die Netzklassen für Signal eine sehr hohe Leiterbahnbreite gewählt. Und eben auch einen sehr großen Freiraum gewählt. Den mache ich jetzt mal hier ein bisschen kleiner. Und ich nehme auch mal hier diese Leiterbahnbreite für die Einzelleiterbahn auf 0,3 mm herunter. Und wenn ihr solchen Fehler seht, jetzt nehme ich hier nochmal meinen Button und jetzt klicke ich hier an. Und ihr seht, ebola. Kiket weist mich hier eben sofort hin, dass meine Leiterbahn für diesen Transistor eben viel, viel zu groß ist mit den Einstellungen, die ich gewählt habe. Und wir können jetzt trotz dessen, wir das geändert haben, unsere Leiterbahn hier anschließen. Automatisch wird auch der neue Wert übernommen. Also das heißt, bei meiner Planung der Leiterplatte muss ich natürlich schon aufpassen, welche Leiterbahnbreiten ich für was verwende. Wir sehen jetzt hier bei so einem BC 547, da ist wahrscheinlich selbst die 0,3 mm Leiterbahnbreite noch viel zu groß gewählt, um den hier anzuschließen. Also es ist auch abhängig, meine Leiterbahn- oder Netzklasseneinstellungen sind eben auch abhängig von den Bauelementen, die ich verwende. Ich kann also nicht an ein Gehäuse, was hier so kleine Abstände hat, eben an eine 2 mm Leiterbahn anschließen. Dann kollidiert das hier mit den Sicherheitsabständen zu Ground und Netz. Ich rute hier nochmal eine Leiterbahn händisch. Wir haben jetzt hier nochmal eine weitere Leiterbahn. Ich breche das hier nochmal ab. Hier wird jetzt automatisch die Default-Einstellung übernommen, weil wir hier keine Netzklasse vergeben haben. So kann ich das jetzt also weiter bearbeiten. Und als letzte Möglichkeit möchte ich euch zeigen, ich mache mal hier STRG-S für Speichern. Ich hatte es mir ja bereits installiert, hier das sogenannte Free-Routing über die Content-Verwaltung habe ich mir das installiert. Dafür ist aber die aktuelle Java-Version nötig. Die müsste notfalls dann bei euch zusätzlich installiert werden. Ich musste mir das hier eben auch noch zusätzlich installieren als Paket. Aber jetzt funktioniert es. Und hier kann ich natürlich mit Free-Routing arbeiten, indem ich jetzt hier einfach drauf klicke. Und jetzt fängt hier Free-Routing an, das alles zu routen. Und dadurch, dass ich auch die Netzklassen hier geändert habe, wird auch alles sauber angeschlossen. Das funktionierte nämlich vorher nicht, da hatte ich hier über die Basis noch zu große Leiterbahnbreiten. Und ihr seht, so schnell ist dann so eine Leiter-Platine geroutet. Dennoch empfehle ich euch nicht unbedingt Free-Routing zu nutzen. Macht das mal händisch. Das übt. Macht euch auch sicherer bei dem ganzen Anschließen. Also Free-Routing, ja, ist ein tolles Tool. Geht auch schnell. Aber es ist nicht der Weisheit, letzter Schluss, auch um das gleich mal vorher hier an dieser Stelle anzusprechen. Bei so einer einfachen Platine ist das noch relativ einfach. Bei größeren Platinen wird das dann schon komplizierter. Es macht durchaus dann Sinn, auch vielleicht mal von Hand zu routen. Das übt auch die ganze Geschichte. So, damit wären wir jetzt erst mal soweit durch. Ich blende mir jetzt noch mal die Kupferfläche ein. Wir sehen jetzt hier die untere Seite. Hier oben nochmal die obere Seite. Wir sehen jetzt hier, dass noch nicht alle Leiterbahnen entsprechend ausgespart sind. Deshalb nochmal hier mit der Taste B eine Neuberechnung der Kupferflächen. Und wir sehen jetzt, dass diese Kupferfläche neu berechnet wird. Und wir haben jetzt auch die entsprechenden Abstände zwischen den Kupferplatten oder zwischen der Füllfläche und den Leiterbahnen jeweils auf der Ober- und auf der Unterseite. Das soll es erst mal gewesen sein. Als nächstes kommen wir dann zum DRC-Check, zur Fehlerdiagnose, um dann auch die Fehler, die mit Sicherheit jetzt hier noch drin sind, zu beseitigen. Danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss und drückt mir mal nächste Woche die Damen. Bye, bye.